Hi Freunde! Ja, ich bin mir leider immer noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt bei jedem angekommen ist, deswegen mache ich jetzt einfach nochmal ein kleines Infovideo dazu. Und zwar geht es um das Abonnententreffen am 25. Ja, diesen Monat, am 25.08. Und zwar könnt ihr da den Lighty und mich in Göttingen treffen. Der Lighty hat das Ganze, also der Lightcatcher hat das Ganze initiiert, der hat das auch organisiert oder ja, der hat die Idee gehabt und ich habe mich dann quasi da eingeklinkt. Und ihr könnt uns dann halt treffen und einen schönen Tag mit uns in der Göttingener Stadt verbringen. Das ist auf jeden Fall ein Event, worauf wir uns riesig freuen. Und, naja, Event klingt schon wieder so, aber nein, es ist ja eigentlich einfach nur ein kleines Treffen im privaten Rahmen. Ich habe bisher leider nur eine einzige Zusage und es würde mich so freuen, wenn noch mehr von euch kommen würden. Ehrlich, ich fände es so super, euch mal persönlich zu treffen, weshalb ich das jetzt hier nochmal ganz genau ankündige. Also, Samstag, der 25.08. um 13.30 Uhr am Göttingener Bahnhof. Ich zeige euch jetzt mal kurz noch zwei Fotos, die der Lighty vom Bahnhof geschossen hat. Da seht ihr einmal auf dem ersten Bild aus der Sicht des Bahnhofs den Treffpunkt. Da seht ihr auch die kleinen Springbungen. Da werden wir dann zu sehen sein, na zu sehen sein, genau, nein, da werden wir dann zugegen sein. Also, da werden wir dann stehen und auf euch warten. Und das andere Bild ist dann nochmal zum Bahnhof hin. Dann wisst ihr wirklich ungefähr, wo das sein wird. Wir werden auf jeden Fall auch früher da sein. Wir werden auf jeden Fall schon so um Viertel nach eins da sein und werden aber auch erst, sagen wir mal, 13.50 Uhr wirklich abhauen vom Bahnhof, damit wirklich die Nachzügler nicht verloren gehen. Also, weil das ist halt so, ne, wenn euer Zug verspätet hat, sich verspätet oder Verspätung hat, ihr kennt ja die Deutsche Bahn, dann, ja, dann warten wir einfach so lange und falls ihr euch halt dann nicht melden könnt per PN oder so, dann, ja, dass wir wirklich alle einsammeln. Und dann geht es auf jeden Fall erst mal was essen. Also stopft euch nicht schon vorher den Bauch voll. Und danach werden wir in der Göttingener Innenstadt, ist übrigens eine sehr schöne Stadt, habe ich mir sagen lassen. Ich war auch noch nicht da. Da werden wir dann einen schönen Nachmittag zusammen verbringen. Ja, der Leid hier hat auch noch nicht so viele Zusagen, also wirklich nur eine Handvoll. Es wird wirklich in einem ganz kleinen privaten Rahmen wahrscheinlich sein. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn noch mehr von euch kommen würden. Ich weiß, die meisten haben einen relativ langen Weg, aber vielleicht hat es da jemand von euch nicht ganz so weit. Und, ja, wie gesagt, ich würde mich tierisch freuen, wenn das klappen würde. Ja, Leute, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ach, nee, genau, wichtig. Wenn ihr kommt, meldet euch nicht bei mir, sondern beim Lighty ganz dringend per PN. Und zwar so weit wie möglich, damit er das Ganze halt einschätzen kann, damit er weiß, wer kommen wollte. Er will sich wahrscheinlich eine Liste machen und so gucken, ob alle da sind. Und, ja, wie gesagt, nicht bei mir melden, sondern beim Lightcatcher. Ich packe unten den Link in die Beschreibung zu seinem Kanal nochmal und auch zu seinem Ankündigungsvideo. Und ich hoffe, ich habe jetzt wirklich nichts vergessen. Ist übrigens auch schon das dritte Mal, dass ich dieses Video drehe, aber ist jetzt auch egal. Sollt euch nicht weiter kümmern. Sondern ich würde sagen, ja, wir hören uns dann im nächsten Let's Play. Vielleicht sehen wir uns auch. Und persönlich sehen wir uns dann in Göttingen natürlich am 25. Worauf ich mich sehr freue. Habe ich das schon erwähnt? Ich glaube schon fünfmal. Egal. Jedenfalls, ja, Leute, kommt doch vorbei. Ich würde mich total freuen. Und der Lighty natürlich auch. Ja, wir sind auch schon total aufgeregt. Und es wird bestimmt super. So, Leute, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst im nächsten Let's Play Video wieder. Und bis dahin. Ciao. 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 Ciao.